Hey Willy, bring uns ne Runde. Wie immer. Wir holen euch das abdeutschen. Na Männer, ne Runde pokern? Klar Boss, vielleicht findest du hier noch jemanden, den wir ausnehmen können. Wer denn? Das sind doch alles Hartz-IVer. Wer denn? 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 hat pleite gemacht. Ah, der große Boss will kneifen. Ja, was heißt hier kneifen? Mädels, passt auf, ich mache euch ein Angebot. Ich habe für meinen Vater eine Steinkohlemine in Australien geerbt. Die setze ich. Steinkohle? Was sollen wir denn damit? Das auch nur was zum verheizen. Ja, dann habe ich noch Rapsfelder in Vorpommern. Da könnt ihr Öl draus machen. Öl aus Raps? Sag mal, du weißt wohl nicht, wie man uns nennt. Schon mal was vom Petroleum gehört? Ja, Petroleum. Aber doch Offshore-Windparks in der Ostsee. Was meint ihr, wie das abgeht, wenn da der Wind bläst? Windmühlen? Unter Blasen verstehe ich was anderes. Hast du nichts anderes anzubieten, Kerl? Ja, dann habe ich noch einen abgelegenen Saloon in Vorpommern. Aber der ist praktisch wertlos. Stopp, stopp, stopp. Nicht so einig. Wertlos? Das klingt schon mal verdächtig. Das ist bestimmt die reine Goldgrube, wie ich dich kenne. Weißt du was? Wir sind einverstanden. Prima. Zeig her, was du hast. Okay. Zack, 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 zack. Na, was sagt ihr? Okay. So, jetzt gehen nochmal alle pullen und dann reiten wir los. Auf nach vorne. Dort ist eine Tankstelle. Mein Kerl braucht frischen Hafer. Was? Ist doch viel zu teuer. Da muss der Gaul eben durchhalten. Halt! Da war es die Schweden-Schanze. Halt! Halt! So, geh nach! So, geh nach! Ja, das ist der Sabine. Schweden-Schanze übrigens. Wie gefällt er euch? Na nun? Dich kennen wir doch. Was machst du denn schon wieder hier? Erst war ich ABM 1 und jetzt mache ich ABM 2. Ja, herzlich willkommen hier. Wir sind die neuen Chefs. Guten Tag meine Damen, herzlich willkommen in Weitenhagen. Darf ich vorstellen, ich bin hier mit dem Sheriff. Ich gebe den Damen bitte in die Hand und erkläre Ihnen, was Sie hier zu tun und zu lassen haben und was auch nicht. Ja, sonntags wird hier das Schießverbot. Die Waffen sind sowieso beim Wirt abzugeben und der Saloon macht ihr erst nach der Kirche auf und der Sheriff hat alle Getränke frei. Ich bin der Hilfssheriff, danke Sheriff, danke. Ja, bitte. Das muss gefeiert werden. Ja! Bisschen bescheuert oder? Blühtchen! Kście지가. Ich bin arens. Schnell, wenn ich keinen Dryse... Vielen Dank.